Moin moin und herzlich willkommen zu diesem Infovideo. Leute, ich hoffe ihr schaut das heute als erstes, denn ich habe ein paar Neuigkeiten für euch. Zunächst einmal, heute kriegt ihr nochmal die volle Packung, denn Goku und zwar Pokémon Smaragd, Pokémon Feuer, Grün, Yu-Gi-Oh und Dragon Ball Z. Ja, aber schlechte Neuigkeiten habe ich trotzdem noch für euch und zwar ab nächste Woche beginnt für mich der reale Arbeitsablauf-Tag und so. Ich hatte jetzt ziemlich lange frei, aber ab nächste Woche beginnt meine Arbeit in der Kita. Das heißt, ich werde nicht mehr jeden Tag vier Parts hochknallen, sondern immer nur ein Part an einem Tag. Sprich, montags mache ich dann vielleicht Pokémon Smaragd, dienstags Pokémon Feuer, Grün, Mittwochs, Yu-Gi-Oh, Donnerstags, dann wieder Dragon Ball und Freitag, Samstag, Sonntag. Mal gucken, wie ich das mache. Samstag, Sonntag vielleicht ein bisschen mehr. Aber ich weiß noch nicht genau, wie ich das handhabe, besonders jetzt will ich auch ein neues Projekt anfangen mit Together, mit Iron Claw LP und mit Superbrot. Mit Superbrot habe ich noch nicht so viel geschrieben, ich glaube nur einmal kurz ein Wort gewechselt, aber egal. Ja, wir werden da ein neues Projekt anfangen und dann mal schauen, wie ich das mit dem mache. Wie wir das mit dem Upload machen und so, das Together wird auf jeden Fall ziemlich genial werden. Das ist die Planung für die Zukunft und ja, Leute, freut euch jeden Tag auf einen Part von mir. So habt ihr wenigstens nicht immer diesen Stress. Oh, scheiße, jetzt hat er wieder vier Parts hochgeladen. Jetzt heißt das eine Dreiviertelstunde, denn Goku gucken, scheiße. Jetzt habt ihr vielleicht mal 15-20 Minuten Parts einfach so am Tag und ja, was gibt es noch zu sagen? Eigentlich gar nichts mehr. Leute, ich hoffe, ihr habt Verständnis dafür. Und außerdem so ein geregelter Uploadplan, den werde ich auch noch an meiner Seite posten, wie ich das mache mit den Uploads. Also, wenn ihr da Interesse dran habt, zu wissen, wie genau ich das vorhabe und so, an welchen Tag welches Video kommt, schaut in meinen Kanal, schaut bei den Infos an der Seite. Da steht dann nicht mehr aktuelle Projekte und Dingsbums und beendete Projekte, sondern einfach nur, ja, Uploadplan. Leute, danke schön fürs Zuschauen, danke für euer Verständnis und schaltet wieder ein, wenn es heißt, Informationen von Dengoku an euch. Ich hau es rein, tschau es rein, bis zum nächsten Mal, tschüss, euer Dengoku, Senpai, juhu.